Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du das Problem lösen kannst, wenn die Batterie von der Anzeige von deinem Brita Wasserfilter hier oben schon leer ist. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe sehr viel recherchiert, wie man diese Anzeige hier oben richtig öffnen kann, um die Batterie auswechseln zu können. Doch das ist von Brita einfach nicht gewollt, denn diese Anzeige hier oben ist verschweißt und somit ohne Zerstörung nicht zu öffnen. Und danach wird das Ganze immer wieder undicht, was wir natürlich nicht haben möchten. Die Lösung ist aber auch um einiges einfacher, denn wenn die Anzeige hier oben leer ist, dann muss man das Ganze einfach telefonisch dem Brita Kundenservice mitteilen. Und ohne Wenn und Aber bekommt man dann hier oben eine neue Anzeige mit einer vollen Batterie, kostenlos per Post zu einem nach Hause zugeschickt. Bevor man dort aber anruft, sollte man auf jeden Fall den Filter bei sich in der Nähe haben und sich schon mal die Produktnummer herausschreiben. Die Produktnummer, die findest du hier unten. Bei mir wäre das jetzt die 025 001 013 oder 033. Das musst du einfach mit dem Kundenservice abklären, welche Nummer hier genau gebraucht wird. Dann im Brita Kundensupport einmal zwischen Montag und Freitag von 8 bis 20 Uhr anrufen und unter der Telefonnummer 0800 500 1919 noch die Adresse austauschen. Und schon wirst du ein paar Tage danach kostenlos ohne großen Aufwand eine neue Anzeige mit einer neuen vollen Batterie haben. Wenn die neue Anzeige bei dir daheim eingetroffen ist, dann müssen wir mal die alte leere Anzeige hier ausbauen. Hierfür am besten einen kleinen Schlitzschraubendreher nehmen, diesen hier vorne, diese Einkerbung reingeben und dann einfach nach oben hin raushebeln, bis es Klick macht. Bei mir ist das auch schon geschehen und ja, meine Anzeige ist jetzt noch voll, aber zum Zeigen reicht es auf jeden Fall aus. Und dann die neue, also ich nehme jetzt die wieder her, einfach hier oben einmal reingeben und mit den Fingern nach unten festdrücken, bis es wieder Klick macht. Nun müssen wir das neu eingebaute Display noch aktivieren, hierfür hier oben auf Start einmal 5 Sekunden drauf gehen. Die Anzeige geht langsam nach oben bis 100% und fängt das Blinken an. Wir können sie loslassen und schon ist das Display hier richtig zurückgesetzt. Und somit haben wir auch schon das Problem gelöst, dass die Batterie bei meiner Anzeige von dem Brita Wasserfilter leer gegangen ist. Wenn du dir jetzt übrigens solche Filterkartuschen hier mehrfach sofort zulegen möchtest, um einfach Geld zu sparen oder auch dir so einen neuen Brita Wasserfilter kaufen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellern zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in einem Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiegeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne mal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.